so jeden stein ja ich will auch sein fuß da muss auch nicht warten jeden stein eisen okay versuch mal hier der erste stein über hier stein und feierstein stein oder nicht erst mal die axt stein und feuerstein die hacke wieder die axt rechte tausend raus in jedem stein soll es drin sein platz der stein Nichts, du kannst schreibformen. Wie man sieht, finde ich kein einziges Eisen. Überladen. Ah, okay, mache ich. Stein und Feuerstein. Stein, Feuerstein. Stein, Feuerstein. Ja, kurz mal ein Haus ein bisschen ausladen. Ich bin ein bisschen voll. Also, geladen. Ich habe schon mal geguckt, weil ich dachte, bei roten Steinen vielleicht, dass er eher Eisen sein könnte. Ich gucke gleich bei roten Steinen noch ein. Aber erstmal muss ich ein bisschen schwer machen. Ich bin ein bisschen voll. Ich habe Eisen gefunden am Anfang hier, wenn ich das Spiel startete, habe ich Eisen gefunden. Da waren Steine, die da Eisen aussahen, da war auch Eisen drin. Aber seit ich jetzt wieder neu gestaltet habe, kam er raus, vor ein paar Tagen, Holz gespielt hatte, die Steine, wo ich sonst immer Eisen losgekriegt habe, kam kein Eisen mehr raus. Ich packe mir eben kurz leer, hier mal kurz, so. Feuerstein, Feuerstein habe ich ganz viel, nein. Nein, 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 nein. Steine. Jetzt mal alles mal ausreiben, weil ich brauche Platz gerade. Ding tragen. So. So. Ne, ich brauche auch, stimmt, ich brauche auch Steine. Holz, Stein und Fasern. Okay, die muss ich mitnehmen. Holz, Stein und Fasern. Nicht die großen. Holz, Stein und Fasern. Okay. Holz, Holz, Stein und Fasern. Ich habe ja gerade zu übersehen, die Fasern. Fasern. Jetzt gucke ich mir die Steine an, die sie ja etwas rot sind. Wo ich eigentlich dachte, dass da Eisen drin ist. Hier die. Da dachte ich, dass da Eisen drin ist. Aber auch da ist nur Stein, Feuerstein drin. Ich muss mal die Großstelle da hinten mal gucken. Das Essen. Das Essen. Ja, ja. Ich habe Steine gefunden. Da war Eis mit drin. Aber es ist schon eine Weile her. Aber es ist schon eine Weile her. Lässt er vom Update. Und. So, schau mal hier. Tag 6. Tag 6. Da wird nichts angezeigt. Okay, danke. Kann man auch hier gucken, was da drin ist. Das sind noch Holz und Strom. Aber gut, aber gut, aber das muss ich auch nicht. Deswegen ist das noch etwas, was ich noch nicht wusste. Mit HLH. Dass man da gucken kann, was drin ist. Man muss nicht alles abbauen, um zu finden irgendwas. Wir haben Wasser. Da war, glaube ich, Kalk drin. In den Steinen. Also, nicht in allen, aber in einigen. Stein, Feuer, Stein. 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 ein feuerstein stein feuerstein aber danke dafür dass ich ja gucken kann ich habe alle stein abgebaut ich finde stein feuerstein stein feuerstein stein feuerstein stein feuerstein stein feuerstein das ist echt ich habe gedacht dass hier vielleicht eisender sein können diesen hier weil sie aussehen aber stein feuerstein stein feuerstein ich habe kranksteine gefunden schon einige aber ich habe damals am strand hier waren steine gewesen da war ein eisen dann sind alle weg als eine einsteiger geworden ist die winkel an sachen geändert worden sind und die vorkommnisse von sachen ohne eisen konnte ich weiter hier war kalt in den stein näher auch stein 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 und hier sind steine ganz helle steine wand hinten habe ich auch mal gedacht die glatten steine sehen anders aus und so aber auch da stein feuerstein ist glatten stein ja guckst vielleicht was damals gewesen war aber auch nix eisenberg weiß ich jetzt mal nicht jetzt ne kalt ist anscheinend ist auch rar geworden habe kalt gefunden bisschen aber viel stroh ja gut ist das anders das war nicht da hier waren steine mit kalk feuerstein und kalkstein steine feuerstein und hier war aber hier noch was an die stein sondern ohne ich und so kram drin ich habe auch gesagt diese steine hier die auch anfliegen vielleicht sein könnte aber auch da nicht die eisensteine sind normalerweise weiß auf der insel blau dann ist das hat der server kaputt ja wer weiß kann sein ja kalkstein finde ich ja ich habe ich ja überall kalksteine aber wie gesagt eisen das ist mangelware hier und die ganzen hellsteine hier die haben kassel kalkstein meistens das ist jetzt hier auch glaube ich kein kalkstein ich dachte dass das hier eisen drin wäre in den stein aber man sieht sieht ja nix das ist wenn jetzt ist das ganze spiel neu starte muss ja dann wieder erholt ich habe einen neuen spielstand machen schwierig für das 1 also wirklich viel gutes eisen das ist echt ein problem ich habe ich will es eisen ich habe gedacht dass hier vielleicht was drin sein können diese eckigen hier und da was drin sein könnte auch nicht das ist schon der erste ja hier mal ein bisschen aber den haar ist schon interessant dass ich nachgucken kann das ist schon nicht schlecht aber hilft mir leider auch noch nicht so weiter aber danke trotzdem dafür schon mal ich weiß nicht was neu ist aber ich guckte hier die steine die hier auf inseln stehen dass wir auch noch nur standard steine oder hier so ein weißer stein und dann habe ich ganz viele karten habe ich also wirklich viele karten also nur die schätze finden richtig gold mit die frage ist natürlich jetzt kann ich sachen verkaufen dass ich damit verdiene man muss sich wirklich schätze suchen und dann nur damit die rechnung gold schiffe bekommst du am aber was das schiff bekommst du das weiß ich das habe ich schon gesehen doch für material habe ich schon gesehen aber dann kostet auch gold dann auf einer anderen insel versuchen nein sachen kann man nicht verkaufen außer man hat eine mod dafür okay das wäre natürlich interessant weil ich habe so viele sachen hier auch seltenere sachen das wäre interessant dann wird da was geld verdienen wird aber das problem ist halt ohne eisen und metall kann ich nicht weiter hier und ich kann nicht vorstellen dass die ganze insel komplette insel ohne metall ist das kann ich nicht vorstellen ich vor allem weil ich auf dieses metal gefunden habe am anfang wie ich angefangen hatte das ganze und die spawn doch respawn doch bestimmt die eisen sachen bestimmt die machen wir schon respawn irgendwann das spiel aber sachen halt machen erschweren das ein bisschen ich habe die eisen gefunden haben anfang und jetzt nicht mehr ich gehe gleich mal eine ist ja im nordwesten glaube ich seine insel da kann ich hinschwimmen ich kann keine boote bauen also muss ich da hinschwimmen da muss ich auf feier aufpassen oder auf welche wasser hier ich nur ein stein hätte welche markieren aber ich immer wieder hinlaufen würde nein für floß oder die schalupe braucht man kein gold los wo holz ich gehe mal kurz mein ding zurück sache entleeren also für ein floß braucht man es nicht ich wusste nicht was man ein floß bauen kann hier aber ich bin noch nicht so weit wir wissen noch nicht so weit dass ich es machen kann dann möchte ich mit dem floß fahren und dann würde ich auf eine andere insel fahren und das wäre dann leicht finde ich da ja eisen aber eisen ist echt selten und jetzt weißt du ja selber vielleicht weiß ich habe das vor gespielt hat das war so bestimmt ohne eisen ist aufgeschmissen hier keramid kriegst du ja keramid das heißt kriegst du ja von schildkröten hier rumrennen aber eisen ist extra von stein stein ob ich kunde ich gehe mal kurz mein häuschen kommst du alles für holz stroh und fasern okay aber ich habe es noch nicht entdeckt hier kann mir kurz zeigen ich mache jetzt mal das war was auch merkwürdig ist dass hier oben zwei sachen auf sind also andere kommen später oder es ist drin die fahrt vielleicht kann ich damit losbauen so habe ich stift gebaut gemacht vielleicht kann ich jetzt losbauen im steg steht jemand da bekommst deine schiffe essen erstmal kurz sekunde ich habe ein paar karten schon gesammelt müsste hier sein ich glaube mal sofort müsste jeder eingang sein oder das ist das dorf ja das war schon falsch aber schon gut nein wo steht gucken muss dann sein mal falsch links drin und hier steht dann was gesagt der hier auch meinst du nicht da vorne den wahrscheinlich ne ich habe kein stroh ich habe kein stroh ich habe gerade raus weggeräumt stroh was ist am sinnvollsten das hier war am sinnvollsten aber ich habe kein nicht genug fasern tierhaut fasern kann ich kriegen holz kriege ich habe ich genug 200 das kann ich bauen das ist ein stroh okay ich kann dann ja ein boot bauen aber wie stabil ist das boot wird direkt 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 unter das ist das das ist das ist das das ist das mit dann deutschland jetzt das baum so gewicht nur 35 menge eins aber was ist sinnvoller das also ist der moderne da gibt es wind das ist sehr viel sammeln ich weiß wo ich sachen herkriege habe ich hier auch nicht mehr ich habe schon einiges zusammen ich mal kurz ich muss das ding zurück boot ok wo zum besten einste als wohl stabiler als floß was ist ja wie so ein schiff hier wird so klingen raum schacke wie wäre es damit weil ich habe ich habe nur kreuz und haute habe ich auch genug nur die faser müssen wir sollen das ist okay gut dann ruhig jetzt sachen dafür 25 25 gut ok dann schläge ich mal kurz zurück essen heißt es macht mich fertig hier ich habe gegessen da war das ist ja nur ich gehe mal kurz zu meinen hütchen und hol mal holz und leder ok ok ein schiff da habe ich ein bisschen für noch was die fahre und sagen wir sind ja die blumen ich fahre dafür ok faser noch vom bäumen wenn ich mit der hacke arbeite dieser mehr so ob da rein hier ist mein kistchen das essen noch mitnehmen was vielleicht ich als halber ein bisschen nächstens so 80 das wie das reicht habe ich holz ist in der basteltruhe drin rohstofftruhe die wüsste ach ne da ist nicht da hier stroh brauche ich noch ach ich bin manchmal was hektisch so den stroh brauche ich ja noch ich weiß ich bin überladen was rauswerfen und hier habe ich natürlich noch das stroh drin ja nicht ganz ganz klar gelogen holz habe ich so viel holz gehabt wo das holz hin vorher bestimmt drin reingemacht so viel das reichen ich bin wahrscheinlich überladen nicht irgendwas wegpacken was ich gerade nicht brauche doch dann brauche ich alle dann brauche ich jetzt den boden und dann kann ich auf dem brot bestimmt auch mit den netz arbeiten dann langsam und das gewicht ne und 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 er war schon richtig ähm so wie die falsche sei gelaufen wieder ne so wie der richtige ja dann brauche ich jetzt ein schiffchen ich weiß man kann die schiffe ausbauen ja auch ne man selber ein schiff bauen kann geht ja auch muss ja halt gold für haben ich bin blöd ich brauche Fasernarmen oooohh mann wenn man ein eine wand in der hand hat ein wenn man eine wand in der hand hat lange die diese so blau ist kann man die mit t verändern zu hier oder ah okay das ist gut weil äh ich wollte mich Tür einbauen mein Haus war freigelassen aber ich muss Doppeltür haben und ich wusste nicht wie ich sie einfach Tür einbauen ist einfach aber Doppeltür ist halt nicht so einfach okay also ich muss erstmal ein bisschen rote pflänzchen sammeln so schön könnte ja nicht sein oh ey schon wieder essen ich glaub das ja nicht Hallo Kater kann ich sein das ist so wenig hoch geht da geht ja bei normalen Fleisch mehr hoch kann ich hier Fasern holen mal hingucken Holz und Stroh Stroh hab ich genug aber ich muss mal gucken ob ich Fasern kriege ich kriege noch Holz okay gut dann nicht dann bin ich gleich wieder tot ey ich hasse das ich muss gucken dass ich zu meinem Haus komme gerade weil ich sterbe gleich ich sterbe gleich scheiße gibt es nicht in okay bin gleich tot juhu GRUH ach ne Bett hat man fast geschafft Da kann man natürlich auch wieder Oh, also ich weiß was wir noch wie ein bisschen ich wollte es abladen ich bin viel zu voll aber hierbei gab es nicht gerne sieht von hinten aber einfach mal aus wie einer von den angels ja das stimmt doch nicht von vorne sehen das ist schnell stimmt schon das ist echt aus wie einer von den angels echt von hinten mit bogen bewaffnet und axt ja ja das knüppel haben aber jetzt die sachen im rücken hängen ohne umgeschaltung so ich werde mich das ausladen nicht und dann weil ich wollte es einladen ausladen einladen die lange denn okay ist natürlich noch voller den strom den stroh das stroh und ich wollte eigentlich anderen stroh haben die sache ist jetzt die ist muss ich ja gucken eine menge jetzt mal das noch was und 23 ich weiß nicht genau wie das war das holz brauche ich ja auch nicht das holz brauche ich auch nicht so viel haben da gehen wir mal auf 80, 81 81 müsste ja eigentlich reichen so den rest lasse ich so aber wenigstens kann ich die sachen hier reinrollen die ich zu viel habe so ich war es leichter ein bisschen und ich habe mich richtig vernünftig laufen so jetzt muss ich aber erst mal ganz viel es ist mir noch warm ich bin mir echt ärgern das viel ich dachte jetzt hätte ich hier schöne bauchflasche machen können das war ich sage wie